So, viereckiger Teppich, warum ist denn der so... Hä? Haben wir den jetzt aktiv... Oh, was? Mutter, warum hast du keinen Platz in deiner Liebeshöhle? Es reicht nicht für den Teppich, den ich dir verlegen wollte. Mutter, du hast gar keinen Teppich. Es sieht sehr gepflegt aus. Ich gratuliere dir. Mutter, warum hast du keinen Platz? Na, 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 Liebeshöhle, es reicht nicht für den Teppich. Mutter, du hast gar keinen Teppich. Es sieht sehr gepflegt aus. du hast gar keinen Teppich, es sieht sehr gepflegt aus. Ich gratuliere dir. Mutter, ich gratuliere dir. Mutter, ich gratuliere dir. Mutter, warum hast du keinen Platz? Nein, 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 du bist du da. Es reicht nicht für den Teppich. Mutter, du hast gar keinen Teppich. Es sieht sehr gepflegt aus, ich trafle nur mit dir. Mutter, 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 Mutter.